und los muss ich was machen nee zeug einsammeln wäre super ja kannst du darüber schwingen dich nach rechts wie schwingen ich komme nicht mehr so lustig interessant also die dinge da ist der helm möchtest du den haben ja dann kann ich nicht bauen und er hinterher kommen wenn ich das richtig und so was bauen genau da oben sind auch punkte drinnen hier so da so aber richtig viele das waren die linder ja was willst du jetzt hier oben ich bin mir sowieso egal wenn wir den rest nicht 355 ich weiß nicht da kommen jetzt einfach drauf und das hat funktioniert wo haben wir den unteren teil jetzt komplett gemacht wir müssen doch eh wieder nach unten zurück wenn wir die er müsste randalieren kann man ja wir wollen müssen nach unten zurück wenn wir durch das tor durch wollen ja okay wie ging das hier ich weiß so warte mal warte mal warte mal nimm du mal bitte den helm das schön ist einer hier das kriegen kann ich das jetzt nicht wechseln jetzt in den helm ich hätte ich würde den gern geben aber es geht nicht oder 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 kann ich die meinen es geht auch nicht aber das wäre sinnvoll gewesen dann könnte man sich halt wenigstens einer vorbeischmuggeln sozusagen ja stimmt ich weiß es doch auch nicht wie ich hier unten gibt es uns auch nicht mehr wirklich was warum kann ich dir denn jetzt nicht eigentlich müsste das doch gebbar sein überbringbar welche und sich sonst sonst keine weiteren sachen also wenn ich mich richtig hätte nach ist das auch der lösungsweg ich bin mir nicht sicher aber das wäre halt das klingt halt irgendwie lohnt probier nochmal hier das ding um zu botzen die spielnebel wir da will nicht weg da kann man auch nicht drauf ist schade ich bin muss ich dir vielleicht hauen dass du das verlierst mach das also das ist jetzt rein wissenschaftlich das ist jetzt nicht nichts persönliches ich hab das trotzdem doch man ich kann dir den aber echt nicht geben das bisschen bescheuert eigentlich was das denn ach so stimmt das muss ich tatsächlich einsetzen ich kann mich da als kiste vorbeischleichen ach so okay so unfug glaube ich zumindest dass es so geht ja probier's aus oder oder brauchst du meine hilfe da jetzt das weiß ich noch nicht ich komme mal hoch wir sind einfach mal ausprob was passiert dass das ist überhaupt nicht auffällig wie ich da als kiste durchschleichen nein nicht 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 hingehen sonst macht er sofort zu jetzt kannst du kisten sind immer jetzt brauche ich hier nichts machen es ist doch ganz natürlich dass das kisten auf zwei beinen durch die gegend laufen oder nicht was ist denn ein stein kann ich dich wie lasse ich dich hier rein wahrscheinlich nicht hier oben ich weiß es nicht da hast du noch da hast du noch eine stange ach ein hammer kann ich das zimmer kann weiß ich nicht aber das sieht cool aus ich würde die teile kaputt machen kann ich nicht das ist doch das besondere material ja kaputt kriegt kannst du das tor als vorwärts wahrscheinlich nicht nur kann ich den kerl einfach kaputt machen nein 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 du bist von der seite stelle ich mal da vor ja mach ich doch das ist ja auch zu einfach dann geh nochmal zur seite da links ja achte ich vor hier musst du hin ich weiß es nicht kann man den nicht bestechen dass man sonst nackt fotos von ihm auf facebook stellt oder sowas das ist doch total ist doch die die bestechnung aus mittel-erde natürlich kann ich mich verkleiden ich kann mich als bratfahne verkleiden vielleicht kann ich den ja was kochen das verstehe ich jetzt auch nicht meine das müsste ja mit der mit der tarnfähigkeit funktionieren also ich meine dass wir das müsste reichen als dass du doch mal aus irgendeinem seltsamen grund kann die nur ich einsetzen ich weiß kann ich hier unten irgendwo einsetzen vielleicht oben geht nicht hoch schwingen kann ich mich da auch nicht ja vielleicht den hammer was gibt es hier unten denn noch ist ja auch nicht so viel ich kann nicht mal diese die die im liebsten kannst du nicht hier kannst auch nichts machen kaputt machen ich weiß es nicht rennen einfach mal hin oder das hier das kannst du auch nicht kaputt machen das ist komisch dass sie nicht kaputt geht was am anfang hier war noch das hier das geht auch nicht am anfang hier war noch ein prunen da weiß ich auch nicht was man mit anfangen sollte aber ansonsten das weiß ich auch nicht da schwimmt halt was zu essen drin aber ich glaube nicht dass ich da was machen kann und hier ging es ja auch nicht weiter und die andere tür kannst du auch nicht kaputt machen was ist hier noch führen ist es was das sieht so aus es nur glitzer okay passiert genau gar nichts das schade irgendwas was darum stand ich habe keine ahnung was ich mit dem hammer anfangen soll möchtest du den hammer haben kann man hier nicht hoch ne doch kann ich den hammer fallen müssen aber hier muss zu gollum sein ja was soll ich denn mit dem hammer machen ich bin doch auch nur ein kleiner hobbit ich weiß es auch nicht ich bin doch fetter hobbit das weißt du doch ja aber nur noch nach gollums definition garstiger hobbit ja vor allem ja natürlich naja so schlank ist sam jetzt auch nicht aber fett ist jetzt auch nicht unbedingt ja mit dem hammer da drin kann man ja auch nichts machen ne ich habe keine ahnung hier kann ich nichts machen das habe ich ja probiert was ernsthaft oh man also kann ich doch das game die zeug anwenden l2p man lerne mal spielen hab ich kaputt gemacht was kannst du die tür aufmachen ja achso was ist denn hier ein helm achso flopp bin ich jetzt vollständig vermutlich au hier ist doch schön ähm okay geh mal du da weiter aber du musst ja eh Feuer anmachen ich wollte mir hier drüben nochmal die eine stelle anschauen bäh dadurch ist dann die barriere da weg ne warum guck mal das ist doch schwachsinnig warum geht das hier nicht weil da kein x rüber ist stell dich mal genau in die mitte da ne ja weiß ich nicht ist genau das gleiche aber es geht nicht frag nicht mich ich habe das nicht gemacht wir sind übrigens wahrer das waren wir vorhin schon wahrer warenhändler waren wir das ich dachte wir wollten wahrer briefträger werden ja ich habe eigentlich nichts gemacht an der stelle da wollte ich nicht hin also nicht direkt ich wollte noch punkte haben auch wenn die nichts bringen aber die sind immerhin kann man ja noch ein handeln eintauschen und noch ein schubinchen warte oh punkte ich glaube ich spinne vier von fünften wir sehen sogar wo das fünfte da ist aber das geht halt nicht was ziemlich doof ist immer noch jep einmal draufhauen oh ein plan jetzt habe ich voll den plan ich kriege noch mehr punkte aber richtig viele ich glaube das letzte da drüben geht gar nicht ne da brauchen wir doch doch ach da ist die rüstung ich kann die äh du kannst die nehmen na dann mal los hurray noch nicht hier war noch ok doch hier Punkte sind wir wir haben noch alles ja ich wollte noch punkte sammeln was so hallo du hast dich gar nicht begrüßt was ich habe hallo gesagt ist egal ich rede ja nicht mit Orks wir haben es geschafft Herr Frodo bis nach Mordor geschafft das ist er das auch ungesehen kommen wir da nie durch na los jetzt sehen wir erstmal zu dass wir da runter kommen wir haben es geschafft wie heißt es und wir haben noch einige Charaktere die wir noch uns kaufen können wahrscheinlich unwesentlich viele schackrad waren die 100 prozent ja ist schön 39 steine ja von 200 oder wie viel sind das ich glaube ja auf jeden fall eine menge mehr als wir haben ach jetzt kommt es okay was nur dass sie da jetzt kommen wir hier rein wir können ich wollte erst mal speichern ich will hier speichern du bist ja da stimmt dann speichert du mal da aber wir können nicht zum berg hin offenbar nicht was denn das da das links dass der komische der knugel da der braune ich habe keine ahnung jeden fall stück nach links nein das ist gar nichts und man auch einen charakter das ist wenn ich drüber gehe es kommt links da kommt das ach so haben wir was gerissen da null von zehn unten mal noch ein charakter den man hätte kaufen können da waren wir auch nicht wurde haben wir die schon hier wenn die da drin ist ja summa raus und ganz einfach mehr sehen herauszummen da unten ist der charakter herauszummen wo ist der charakter da wer ist denn das weiß ich nicht geh ran heranzoomen ach guck mal gilgat das ist der eisverkäufer von den elben ach so ok ja habe ich gehört die haben die 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 haben aber nur blatteis heißt nicht dass blinken dass das dass wir jetzt machen müssen aber das wir nicht weiter weil es wird ja beobachtet wieso würde wieso kommen da nicht weiter naja weil das wo wir hin müssen beobachtet wird ja das ist ungünstig wenn wir doch bei den anderen weitermachen weil nämlich hier wird es hier ich gefühlt uns daher hin aber es geht ja wahrscheinlich nicht gut weil das hier auch so ziemlich das ende ist es fehlte noch was wird noch was fehlte noch was fehlte noch hier ist sehr gut noch dass jeder ihre streit macht vorher auch passieren um sauren abzulenken was machst du denn um in den sauren apfel zu beißen okay dann komme ich einfach ja ja und jetzt da liegen noch punkte rum aber hier das ist es führt hier rein nein nee sind vorbei ich bin gerade ein unterwegs wo es hinführt das führt nach was das ist denn hier ach ganz die Aber was soll man denn in Osgillia? Das ist doch auch nichts. Oder müssen wir jetzt noch eine Schlacht schlagen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich sehe irgendwie auch nichts mehr. Ja, man merkt, es ist alles ein bisschen durcheinander. Nicht nur das Spiel, sondern auch 4. Ach, guck mal, wer ist das denn? Der ist ja mal billig. Waldläufer. Komm, mitnehmen. Wie viel hat der gekostet? 25.000. Das ist billig, ja. Da kriege ich sonst niemanden Zahnstocher für. Müssen wir denn eigentlich hin? Ach, du hast es gefunden. Ja, ich würde da reingehen halt, ne? Wo rein? Ja, hier so hoch, dann da rein. Sind wir da nicht vorhin runtergefallen, runtergesprungen? Hilfe, ich komme nicht mehr weg. Ist hier eine Palme rum? Was ist das denn hier? Ist doch keine Strandveranstaltung. Warum gibt es in dem Film eigentlich keine Szenen mit den Elben, wie die halbnackt am Strand herumhängen? Das hätte doch bestimmt ein paar Quoten gebracht. Was ist das denn? Oh, ich hätte angegriffen. Man kann vom Pferd aus nicht kämpfen. Was ist das für ein Quatsch? Doch, kann man. Mir ging das gar nicht. Und jetzt kann ich den kaufen? Was ist das denn? Ja, du musst dich als würdig erweisen. Ein Haradrim? Wenn das ein Horadrim wäre, dann wäre das von Diablo. Aber hä, was rennen wir jetzt durch Sümpfe hier? Naja, wir müssen jetzt mehr oder weniger auch nach Mordor. Eigentlich müssen wir jetzt den Weg nachgehen, den Produsern auch gegangen sind. Oh, hoppla. Äh, das musst du so. Die Pferde sind noch ein bisschen schnell dafür. Bei mir ist er automatisch draufgeblieben. Ich lauf mal langsam, wobei doch nicht. Hä? Ich habe ein Haus aus den Knochen meiner Feinde gebaut. Ein Bauunternehmer. Aber mir gingen die Knochen aus, bevor ich den Skeletz spielten konnte. In den Parken der Toten gibt es sicher noch einen. Aha. Aha. Okay. Ist egal. Äh. Okay, wenn du langsam vorgehst, dann funktioniert das. Achso, der ist jetzt mit dem Knochenjob. Hast du die gerade umgedreht? Was machst du denn da? Boah, war das erfolgreich. Das sah ein bisschen albern aus. Was, was macht dir der? Au. Hey. Ich steig jetzt ab. Ich habe keinen Bock. Ja, ich meine, im Prinzip funktioniert das ja. Hey. Oh, 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 Hilfe. Nein, nicht ganz am Anfang. Äh? Ich glaube, Gandalf hat dich gerade runtergeschubst. Ja, ich merke es. Der, der, der trinkt gerade, gerade, gerade selber. Ja. Hey. Ich wechsle jetzt einfach zu Gandalf. Ne, ich springe einfach ab. Aber da hast du das Pferd noch auf deiner Seite? Ne, ne? Ne. Aber Gandalf wäre auch nicht. Es wäre ja eh nur ein Pferd übrig gewesen. Na, stimmt. Die gelbe Figur ist, äh, Leute, die man da kaufen kann, oder wie ist das? Gelbe Figur? Ja, in der Übersicht da, bei der Karten-Stator. Für das Gebiet. Habe ich gerade gar nicht gesehen, aber kann durchaus sein, ja. Ich hätte das Pferd gerne noch gehabt. Das war aber so umfällig zu steuern. Ich weiß. Vor allem, der hat halt nicht dann gesprungen, oder der ist nicht dann gesprungen, wenn man das, äh, sich erhofft hat. So, dann sind wir einmal... Was machst du denn? Einmal quer durch Mittelerde durchgelaufen, so mehr oder weniger. Innerhalb von fünf Minuten. Das finde ich so cool an dem Spiel. Das... Ja doch, das sind die, die man kaufen kann. Ja. Das da. Warum hat er den nicht gekauft? Habe ich den übersehen? Weiß ich nicht. Hm. Ich möchte zurück und den kaufen. Mh, nein. Du bist doch aber noch da. Der muss doch immer in der Nähe sein. Ja, wo ist denn der? War der da denn schon? Hm. Ne, ich bin jetzt da, hier ist ne Karte. Hä? Ich glaube, ich will den Kreis, wo er sein muss. Guck mal da unten auf meinem Bildschirm da. Ja, aber da... Hm. Läuft der da nicht oben bei dir rum da? Nein. Da oben läuft doch einer. Hä? Warum hab ich den denn grad... Gerade eben war der da nicht? Seid ich mal um. Gerade eben war der da nicht? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, weiß ich nicht. Und was war das, was ich denn gerade gesehen habe? Keine Ahnung. Wie teuer war der jetzt? Ach, 25. Also die ganzen billigen Minions hier, die sind nicht allzu teuer, ne? Hm, offenbar nicht, ne? Die namenlosen. Das ist nix. Was ist das hier denn? Das ist hier die Mitriesteine. Ach so, jetzt müssen wir... Okay, hast du hier... Du hast schon, ne? Die hab ich aktiviert, ja. Warte mal, warte mal, warte. Hier oben ist auch noch ein ganzer Stein. Hier könnte man mit Sammy ran. Hier oben kann ich lang... Oh. Ist ja lustig hier. Warte mal. Ich hab nur ein Schieberätsel. Was denn? Ich kann hier hoch. Ja, oder so. Aha. Und ich weiß nicht, wo es weitergeht. Du übertreibst ein bisschen.